Herzlich Willkommen bei TVSART Unterhaltung. Es geht um diese Seite heute, oder um diese, diese. Und ja, habt eine Seite-Herstack bei Facebook vorhin, die heißt Pokémon Opening and Break, das heißt die neuen Displays Clash der Rebellen. Hab hier nochmal zwei Stück. Die würde ich mit euch aufmachen, live auf Twitch wieder, wie die anderen zuvor. Und aber vorher würde ich eine Gruppe erstellen. Jeder darf sich aussuchen, entweder Feuer-Pokémon, Elektro-Pokémon, Trainerkarten, Wasser, Pflanzen, wie auch immer. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Er kann sich einen Typ aussuchen für, sagen wir mal, 8 Euro. Und alles, was von diesem Typ drin ist, vom Elektro, darf er alles behalten für 8 Euro. Ja, das heißt, es gibt neun oder zehn Gruppen. Also es gibt ja auch Trainerkarten, Trainer, Sachen halt, ne. Pflanzen, Feuer, die ganzen Sachen sind, glaub ich, ungefähr zehn Sachen. Und ja, für 8 Euro könnt ihr es live miterleben dann, beziehungsweise die, die das gekauft haben. Man zahlt vorher natürlich. In dieser Gruppe wird alles gemacht. Auf Facebook wird in diese Gruppe beitreten, wäre cool. Und ja, wenn ihr Glück habt, habt ihr 8 Euro gezahlt für Befehl vom Boss, die ist ja enorm wertvoll. Vor allem in Rainbow oder eine andere Karte, diese Monster, Monster, was heißt, in M. Ich kenne mich da leider nicht so aus jetzt mit dem neuen. In Gold und 100 Euro wert oder wie ich hier bezogen habe, diese Rainbows, ja, werden ab 25 bis 40 Euro gehandelt, ne. Und ja, die darf ich dann nicht behalten, die dürft ihr dann behalten. Zum Beispiel, wenn jemand Trainer auf Facebook dann bei mir bekommt, darf alle Trainerkarten behalten für 8 Euro zum Beispiel. Und da kann auch sowas drin sein. Oder der Boss, der ist jetzt, das wäre jetzt das größte. Und hier haben wir den Elektro-Pokémon. Ja, auch 30 Euro Lockerwert. Und das wäre dann alles für euch. Wenn ihr da Bock habt, in diesem Break mitzumachen, alles wird live gemacht natürlich. Bitte in die Gruppe kommt, Pokémon Opening und Break. Äh, ja, kommt rein. Ich nehm euch dann an. Und dann können wir irgendwann damit starten. Die Displays warten hier. Hier habe ich noch ein paar Booster von anderen Sachen. Und hier öffne ich, äh... Zwei, oh, jetzt muss ich noch lernen hier. Hier meine zwei Instagram-Seiten. Pokémon Patron hat schon 500 Leute innerhalb von 5 Tagen. Geil. Richtig gewachsen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch dort unterstützt. Vor allem auf der Seite. Das wird echt der Hammer. Weil ich bekomme regelmäßig Displays. Für Schweiß natürlich. Ich weiß selber ja nicht, was drin ist. Und die öffne ich live auf Twitch mit euch. Immer. Auch wenn ihr nicht mitmachen wollt. Auch wenn ihr nichts davon haben wollt. Könnt ihr natürlich zuschauen kostenlos. So ist es ja nicht. So. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Falls das Video noch rechtzeitig online kommt. Euer Saatürk. Ciao.